Mein Name ist der Scheiber Mario. Heute ist der zweite drinnen im Engen. Er ist mir heute schon ein bedeutend besser gegangen wie gestern. Aber ich muss jetzt eben schauen, dass ich Schritt für Schritt wieder da hin komme, wo ich war. Und ich freue mich jetzt schon auf die samstige Abfahrt. Und du drückst mir bitte drauf und ich hoffe, dass es einigermaßen gut geht.